ja liebe leute willkommen zurück so ich habe das jetzt gelootet alles habe das hergebracht in ruhe habe jetzt alles hier voll sage ich mal zumindest ein bisschen ein bisschen habe ich voll ein bisschen habe ich wohl es reicht aber immer noch nicht hinten und vorne nicht auf jeden fall muss ich dann hatte ich hier das essen reingetan das ist vergammelt alles 39 das ist ja war das nicht früher so dass das hier drin ebenfalls gekühlt war ich hatte da glaube ich hier würste und sowas gemacht das natürlich blöd so dann habe ich ein paar keime was mir aber fehlt ist halt noch um das herzustellen dieses hier war es genau pflanzenfasern und dann nur wäre das wollte ich eigentlich kaufen ich hatte zwar hier von diesen alien plasma was gefunden da konnte ich mir aber maximal gerade so ein einzelnes medikit herstellen gut also ich brauche auf jeden fall pflanzenfasern und aloe vera das muss ich kaufen das wollte ich kaufen und diesen zeug habe ich jetzt erstmal genügend ja das sind die beiden sachen so dann was hatte ich hier drin das habe ich alles gelootet das habe ich alles mitgenommen das wäre ich jetzt aber nicht bauen das wäre ich mir aufheben und genau also genau das will ich einzahlen dort ansonsten hatte ich dann nichts weiter bis saustoff habe ich essen habe ich ansonsten form eigentlich dazu zur trading station genau also energie 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 brauche ich dann nehme ich mal die hydrogene zellen vielleicht nehme ich auch mal die mit die dann ist unterwegs irgendwie der sprit ausgeht ansonsten geht es eigentlich mehr gut oder mal gold genau ich hatte ein paar gold bahn gefunden die hatte ich umgewandelt die nehmen mit vermute mal das sind ja solche komischen komischen die da kann ich mal zehn machen solche komischen preise und ja die muss ich halt erstmal akzeptieren hier da kann ich jetzt nichts machen das ist halt so gut machen los helm auf ich habe mir die nerven die nerven die nerven die nerven die nerven die sind hier also die sind also in mengen in rohen mengen ich meine das einzige was sich lohnt ist das prometium das ist das einzige echt der rest naja den finde ich so billiger irgendwo ohne dass ich munition vergolden muss dann habe ich mir aus den rohstoffen in der fabrik hier meinen ein kleider gebaut ich habe mache jetzt keine munition rein die ich brauchte nicht ich glaube ich sind ja das einzige was ihr gibt sind diese diese golems ich habe noch die munition bei mir das muss eigentlich reichen so genau da fahren wir jetzt eigentlich so und y dann können wir eigentlich den helm abmachen richtig ja genau so das war es eigentlich und jetzt fahren wir in richtung trading station hier ohne ende also was denn sporn hier alter das ist so nervig also man kann ja keinen richtigen schritt mehr tun ohne dass man hier irgendwie bedrängt blästigt wird ja wollen einen dann auf den Leib rücken gut ich hatte ja wir hatten ja gesehen dass es hier kaum was gibt das silizium hier vorne haben wir gesehen ich glaube ich werde dann mal eine aktion noch starten dass ich die alle finde beziehungsweise wir könnten heute eigentlich noch mal um den planeten ein bisschen rum fahren vermute mal hier ist nichts weiter das war die raffinerie das sind wir das ist unsere generatoren zeug sache stelle das ist die trading station wir fahren mal noch ein bisschen rum schauen mal vielleicht detektieren wir das alles und das wäre ich dann mal in einer ruhigen minute abbauen so genau das werden wir machen das macht schon Sinn ja ja ihr könnt gucken so hoch schaffe ich das eigentlich wie drei meter nein drei meter schwebehöhe ist ja glaube ich so dass das ist das gute ist wenigstens warte mal dass ich jetzt hier das ding habe dass ich nicht mehr erfriere und das einzige ist natürlich dass ich mich um die energie sache kümmern muss aber ich habe 60 minuten strom ach ja bin ich schon ach ich lande ganz lässig davor coole sache gibt es eigentlich schon fallschaden ich glaube noch nicht oder so dann machen wir folgendes machen wir folgendes das ging ja schnell das ist schön da werde ich erstmal die sachen holen dann können wir hier reinfahren oder dann können wir hier reinfahren runter einen meter gehen wir mal auf minimalste schwebehöhe gehen wir weg komm ich nicht rein doch warte mal ein bisschen hoch ja gehen wir weg verschwinde wo bist du gut okay genau das ist gut warte mal geht hier vorne zu wenn ich so fahre müsste eigentlich auch zu gehen oder genau da geht es jetzt zu also y kein saustoff alles klar machen wir natürlich den helm wieder auf und gehen raus also das erste ist wir müssen natürlich ähm geh mal weg hier er hält immer noch sein sein schlank hier dran wir müssen als erstes äh hoch und dann unser geld einzahlen und dann ja 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 na klar ziel wieder auf mich verschwinde und dann was kaufen vielleicht schaffen wir das hier ist das so ein terminal Geldautomat korrekt mal sehen was wir hier kriegen 3600 und 10.000 13.000 gut das war's das war's und wir brauchen eigentlich Keimlinge das ist das beste Keimlinge ne wir nicht war das oben in der anderen ich weiß es nicht ich hab's vergessen wir werden mal sehen weil hier ich meine klar ich könnte mir ein paar holen aber ich will ja dann ordentlich ne Produktion haben beziehungsweise ich könnte natürlich dann erstmal noch welche holen na gut ich lass es mal ich lass es mal wir merken uns das ich glaube das war oben also was ich auch komisch finde ist wenn ich jetzt sage okay ich detektiere den äh ich gehe ran mache F und dann kann ich aber mit F nicht mehr weg das ist blöd könnte man machen so F checken F klicken na gut so also hier ist nix seid ein armseliger Haufen hier das ist immer wieder ist wahrscheinlich einfach nur die Skalierung geändert worden da haben sie halt einfach bloß äh die gleichen Figuren und dann ein bisschen hoch und runter lustig gut schauen wir mal oben ich überlege halt jetzt ob ich dann naja alles gut ob ich dann oh ja die könnte ja wieder enden könnten hier ja ja machen wir das erst mal meine ich musste hier hallo stellte schon fertig ah im Wachstum schade die sind noch mal bald fertig hallo Hebera auch noch im Wachstum schade unreif die sind schon da Tomaten genau die Anzahl um ja solche Sämlinge herzustellen solche Keime die ist ja auch erhöht worden so dann schauen wir mal also was hast denn du ich brauche Fasern das haben die natürlich hier wieder nicht Alter nehmen wir mal so einen mit ähm kaufen Pflanzenbeet Stahl ich meine ich kann die auch selber bauen glaube ich so ist die Frage hm ich meine ich kann ja einfach mal kaufen 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 da haben wir das auf jeden Fall sicher ich meine Kürbisse hatte ich die hatte ich glaube ich noch nicht Kaffee hatte ich Pflanzen nicht kann ich mir selber bauen ich brauche aber Fasern Jungs Fasern hm ich glaube ich komme nicht drum rum irgendeinen Planeten zu finden wo die Fasern wachsen oder alles du Kram ja aber hm hm ok ich weiß jetzt nicht was mir fehlt ich könnte natürlich mal den 5000 den kannst du selber bauen oder kannst du selber bauen mittlerweile Werkzeuge äh ich bin Level 11 naja klar das kriegen wir gleich hin wir knallen da noch ein paar Tiere ab und dann die Bocher kann ich schon bauen alles klar Level 11 können wir gleich mal checken warte mal das ist da meine Lieblingswaffe mit die nehme ich auf jeden Fall Level 12 kommt dann bald achso das geht ja gar nicht ach Doppelklick will ich machen so kann ich das bauen können ich lass mal Werkzeuge hat man schon äh Arbeitslicht ach Quatsch so warte mal große Kraftstoffzelle wir brauchen dann was brauchen wir noch wir wollen ja dann einen Bodengleiter hab ich jetzt schon gebaut den wärmer aber wahrscheinlich wie gesagt das ist die Frage machen wir einen Bodengleiter oder ein kleines Raumschiff oder ein großes Raumschiff zum Wurpen ich meine ich könnte natürlich ein großes Raumschiff produzieren und dann wäre das unsere äh fliegende Basis das ist eigentlich wahrscheinlich das effektivste hm so warte mal dann ist sozusagen wichtig dass wir hier die Sachen bauen können großer Generator weiß ich nicht Kühlschrank das ist gut das ist gut weil darum hab ich mich bisher noch gar nicht groß gekümmert gepanzerte Tür den Rest ja lass mal brauche ich jetzt nicht brauche ich nicht Schwerkraftgenerator vielleicht noch ach so geht nicht mehr ok na gut ok also hier gibt's Rohstoffe und dann hatten wir oben nochmal oder warum noch was Jetpack oder war hier ach so ich bin ja hier im ja das nervt die Weltraum ähm brauchen wir hier irgendwas hier gibt's dann die Halbwerkzeuge eigentlich jetzt nicht eigentlich jetzt nicht so das heißt ich wäre unten äh Medipacks kaufen was ist das ach so oh hier gibt's auch meine Tetopistole ich kann die auch wahrscheinlich auch bauen ne 10.000 das sehe ich schon lieber auf gut da haben wir ein bisschen was geholt ähm ich werde dann folgendes machen ich wäre vielleicht erstmal ein Beet noch bauen nee wir fliegen jetzt erstmal rum oder fahren rum und erkunden was ach so unterkunden alles und wenn wir das erkundet haben komm spring mal runter kannst du das wenn wir das erkundet haben kümmere ich mich um die Rohstoffe und bau ein Flugzeug dann geht's weiter so bau y und dann machen wir den Helm ab so ok ok da sind wir äh beziehungsweise komm hoch so wir machen folgendes jetzt ich bin jetzt hier langgeflogen oder gekleidet und wir machen jetzt einfach ähm hier so rum und dann fahren wir irgendwie hier so rum und mal sehen ob wir alles detektieren ansonsten meine kaufen ist das eine das andere ist hier die ganzen Steine abbauen aber will ich nicht also ich will dann die Sachen abbauen das Geld noch ein bisschen aufheben so ich habe mal Glück vielleicht finden wir irgendwas ach ja dann genau Wurmtreibstoff hier steht ja überall rum das Zeug werde ich auch abbauen ja naja ich meine das ist erstmal Kram besorgen ich halte die Frage wo das Zeug ist ich meine das ist wahrscheinlich auch nicht so viel drinne oder wie viel wie viel waren jetzt eigentlich in diesen Silizium Dings ähm naja gut 4300 4300 das ist eigentlich okay also die sind dann gar nicht so klein wollte ich die schon binden was man jetzt auch machen kann ist drehen in der Luft das ist nett ja so wie so ein Flugzeug eigentlich so was sind wir jetzt hier macht das Sinn dass ich hier lang fliege in der gewissen Weise schon ich halte mich noch ein bisschen hier in der Richtung oh jetzt habe ich was gefunden sehr schön da ist es Eisenherz Eisenherz gut das heißt ich äh werde mal das ein bisschen anvisieren aber so ein bisschen auch vorbei fliegen ich will mal fliegen sagen andererseits fliege ich ja auch etwas ab und zu eine Stunde ich fliege so zum Beispiel und hallo komm ich auf jetzt ja komm ja ist jetzt ist jetzt erstmal ich werde es jetzt ein bisschen weitermachen hier ein bisschen langweilig ist es ich weiß so ist es wo bin ich bin da vielleicht sollte ich mal noch ein bisschen nach rechts komm also so ist dann ja hier gar nichts also das ist wirklich leer ich dachte hier ist vielleicht noch irgendwie ein Geheimnis versteckt irgendwas ach wo man wo man vom Teufel redet wo man vom Teufel redet warte 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 wo man vom Teufel redet oh ist klar alles klar ist gut alles klar ist gut ist gut gut was habe ich eigentlich gefunden oh ich muss ich muss weg warte 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 was haben die für eine Reichweite was ist denn jetzt los kein Saustoff ja das ist okay irgendwas passiert habe ich irgendwas eingebüßt wahrscheinlich natürlich getroffen warte 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 was ist denn das ich habe irgendwas verloren ach das ist dieses Patrouillenschiff ach alles klar meine Güte aber das müsste doch dann irgendeine Basis haben oder wo sind die Basis oh das kommt her das ist schlecht das ist schlecht Magnetium habe ich gefunden alles klar schießt ins Wasser he patsch patsch ich will nie gucken verfolgt mich das wahrscheinlich oder wahrscheinlich ein bisschen oh hier ist hier 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 ist hier die warte mal warte mal ich will das nochmal sehen kommt das kommt das kommt wird größer warte mal können wir folgendes machen blub wo bin ich wo bin ich jetzt ach was ist denn jetzt schon wieder los ok ich muss raus teleportieren mich nee ich bin da warte mal das geht gar nicht 3 meter höhe dort ist das schiff bin gar nicht durchgekommen ach da ach das ist ja die oder ich muss mal das licht ausmachen rot was ist denn rot was ist denn das rot ist das jetzt die ach das ist gar nicht das grüne das ist hier das ist hier na ihr wisst schon das sah letztes Mal anders aus hier die kuppel in der mitte alles klar ok dann sagt mir das doch mal jemand gut ok das heißt ich werde lieber zurück machen oder das hängt doch so dumm am berg kommt nicht klar hm das ist natürlich ganz schön nah hier ich könnte natürlich warte mal ich muss jetzt nicht drehen hier wo komme ich denn da oben hin hallo ok warte mal wenn ich hier runter ich mache mal hier unten wegpunkt so wo ist der wegpunkt da ist der wegpunkt daran vorbei ok dann machen wir jetzt noch mal dorthin und dann machen wir noch mal schnell an dem vorbei sehen ob das klappt ohne dass wir resum essen geht langsam zur neige aber das ist egal was habe ich für eine geschwindigkeit naja 5,30 m pro sekunde ist das maximum haben wir irgendwelche einschlüsse oder nö wieder zu runter und folgt mir versucht es zumindest ok dann ändern wir den Kurs und gehen jetzt zu unserem neuen Marker und dann machen wir wieder zurück dann machen wir wieder zurück vielleicht habe ich Glück dass das Ding da an diesem Berg hängt und komm Booster Booster und demzufolge mich nicht belästigt ja vielleicht das 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 kann ja sein das kann ja sein ups da ist schon der Marker das kann ja sein gut naja die Planeten sind halt alle noch mini die Planeten sind halt alle noch mini ich würde mir wünschen dass die wenigstens so die Größe mal bekommen irgendwann mal so wie bei Space Engineer oder so das wäre eine coole Sache weil so ist es halt keine Herausforderung nicht so richtig ist es nicht so richtig naja gut sonst sind wir heute mal ein bisschen rumgefahren ich wäre vielleicht mache ich doch vorher noch oder mal mach mal los los vielleicht mache ich vorher noch das Eierterum eine kleine ein kleines Beet jetzt schon wieder das sind wahrscheinlich nur die die Golems wo ich die oder so ok wo ich die Pflanzen jetzt schon mal züchte dass ich wenigstens so ein so zweimal was ernten kann denke mal das macht Sinn und dann kümmere ich mich darum dass ich das Raumschiff fertig kriege beziehungsweise Rohstoffe dafür und wenn wir das haben ja dann geht's los also wir brauchen Raumschiff und ich wäre vielleicht ein großes nehmen und da sind wir schon oder da sind wir dahinter noch Kilometer noch und komm komm schaffst du schaffst du na schön und dann geht's los vielleicht mache ich das so dass ich ein großes nehme und ein kleines zum zum erkunden das ist eigentlich das effektivste ich meine hier der der Kleider ist ok ja buch was rot was ist rot kommt näher ist das das Schiff ist das das äh na ihr wisst schon Schiff oder habe ich oder ist das was Neues Oh Alles klar Hä hab ich das komplett übersehen oder was da hinten ist doch Ne Training ach ich bin ja ich bin ja bescheuert dachte ich bin jetzt hier beim mobilen Dingsbums aber das ist ja hier ok da haben wir doch was entdeckt das ist doch ein Wort ist doch gar nicht so schlimm hier naja gut Mistel Silo ja da komme ich natürlich mit mit dem Kleider nicht hin das wird nichts also ich wäre wahrscheinlich ja wahrscheinlich das so ändern andererseits ähm ach egal da ist doch nichts weiter drinne oder ich wäre einfach den Kleider zerlegen ich mache mir ein Raumschiff und dann verschwinden wir hier machen wir weiter Mistel Silo ja oder weiß nicht reizt mich jetzt nicht oder wie seht ihr das sollte ich oder sollte ich nicht komm schaff mal schaff mal schaff mal schaff mal ja komm ja zieh komm mal bis hin komm mal bis hin ah schön schwebender Kleider liegender Kleider genau so machen wir das wir verschwinden hier außer ihr sagt ok ja macht das macht das Silo platt dann mache ich das aber ansonsten brauchen wir das nicht so dann werde ich mal checken die Blueprints die ich hierzu habe und werde dort ein Schiff aussuchen für mich ein großes und dann um geht's los dann werde ich vielleicht auch diese mobile Basis irgendwann mal zerlegen das bringt ja jetzt auch nichts weiter brauchen wir ja eigentlich nicht so den Schutz ok Y alles aus Licht müssen wir natürlich anmachen oh ich bin schon raus alles klar so gut einmal rum etwas gekauft ähm die Frage wie wir das machen ob wir hier vielleicht können wir hier einfach Boden weg machen und ein paar Beete die Beete sind ja auch dicht dass man hier erstmal ein bisschen was hat und dann pflanzen wir die Sachen hier rein äh das werde ich eigentlich mal machen hier so ich kann da durchgehen das ist in Ordnung dann bleibe ich noch ein bisschen hier lasse das ein bisschen laufen ernte ein bisschen ab hier habe ich Tomaten aber ich brauche eben wie gesagt mehrere Tomaten jetzt könnte ich wahrscheinlich das machen dann mal ich könnte natürlich folgendes mal checken könnten die mal rüber nehmen dann hauen wir das hier erstmal hier rein das 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 mal auch und jetzt check ich noch mal ob ich irgendwas machen kann okay oder mal Space Orangen das könnte ich mal machen genau Akku abwehren das könnte ich auch mal machen und das könnte ich auch mal machen perfekt das ist eben cool da brauchen wir bloß eine Frucht hier oben brauchen wir vier Früchte und Tomaten hatte ich jetzt ein da machen wir mal die Tomaten ebenfalls zum Keimling den hatte ich schon sogar sehr viel oder genau fünf Stück von denen Kürbis habe ich auch brauche ich nicht naja sieht doch gut aus Textur des Pflanzeneiweiß das oh das kann ich auch dann machen wir das auch und das kann ich eben nicht da fehlen mir die Pflanzenverzahlen Alter okay gut Keimlinge die vergammeln ja nicht die nehmen wir mal zu uns die anderen Sachen die lassen wir hier Sortierfunktionen gibt es immer noch nicht macht nix überleben auch so achso alles klar nee das war Quark äh das hat ja einen Verfallswert das heißt so brauche ich die eigentlich die kann ich vergammeln lassen und demzufolge suche ich lieber einen Kühlschrank genau das hat sich ja geändert wie gesagt gut das kommt hier rein die anderen Sachen da baue ich Beete pflanze die ein also ja mal sehen das kriegt man bestimmt hin ähm hier muss ich was essen und dann denke ich mal sehen wir uns das nächste Mal wenn wir starten mit dem Raumschiff ja bis dahin ciao das ist